Innen an die roten Schlaufen. An die roten Schlaufen, ja. Einer gibt noch den Rand. Jawoll, kannst dich hinlegen. Warte, warte, jetzt hast du die Kamera genau noch ins Seil eingedreht. Jetzt kannst du. Anhocken. Warte, ich zieh sie hier ein bisschen länger und weg. Mach dich gerade. Durch die Knie. Warte, 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 warte. Leg mal deinen Oberkörper richtig rein in den Kopf. Und jetzt die Beine anhocken und jetzt durch. Darf mal los? Jawoll. Da? Ja, da. Und du hast einen neuen R. Lässt auch die Hände an den Schlaufen, drückst die Ellenbogen da vorne, ja. Jawoll. Ruhig, die Dinger noch schön auseinanderziehen. Und du hast einen neuen R. Ja. Ja, ja. 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 Können wir starten? Haltet Ausschau, ob ihr den zweiten seht unterwegs. So, Ellenbogen schön raus. Jawoll! Schönen Tag noch! Macht's gut! So, let's go! gut was leider langsamer wie drüben ja ich verzeihe es dir ganz aufstehen die brille darfst du noch mal deine flugbahn ja wohl selbst noch mit zum lieben andere ja der freut sich